Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Norsgaard, den Schlangenclan. Jemand anderer hat bereits 500, was ist das, Handelseinfluss. Ah pfff, das ist ja gar nichts. Muss bloß gucken, dass das fixer wird hier. So. Hier, wo wir erstellen, dass ich hier schneller bin. Weil die anderen sind mit dem Wissen so fix unterwegs. Das ist richtig, richtig doof. Ja. Dass ich denen noch wenigstens zuvorkommen kann. Schauen wir mal. Da kann einer mehr mit rein. Dann... Der nächste. Stein fehlt eins. Das ist nicht nice. Gar nicht nice. Ah, diesen Debris. Wieso? Wieso seid ihr alle Debris mit mir? Passt. Ändert sich da was? 26. Und das wird... 27. Aber, aber. 1500. Das haben wir. Ein Schiff von einer Hauptwerkersrückkehr zurück. Wir haben folgendes selten. 20. 20. 20. Bam. Nice. Monstertöter. Brennhalsverbrauch im Winter. Schiffsbau. Dann können wir hier natürlich auch gleich aufwerten. Was bringen die uns? Naja. Was wollte ich noch mal aufwerten? Ich weiß es gar nicht mehr. Hier rein. 30. Das ist natürlich supi. Minus 20. Holzfäller. Kann aber auch nochmal einen Steinkreis bauen. Einen Stein-Kreis. So, da kommt noch mehr rein. Ah, natürlich. Krieg an zwei Fronten wieder. So liebe ich das doch. Es läuft doch nur noch. Ah, ist natürlich der Held mit dabei. Was bist du? Ein Fischer. Hier rein. Hier, doch Bewohner hier rein. Passt. Nehmen hier hoch. Runter. Die Niederwähen. Meine Güte. Jetzt wollen sie es aber wissen, du. Heideblitz. Hoch, 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 hoch. Die machen mich echt fertig, die Leute. Unser Clan friert. So. Abstellen. Abstellen. Fischer. Ihr zwei. Oh nein, ich hab nichts mehr. Oh nein. Nein. Das gibt es nicht. Ah. Na, klasse. Totale Zwickmühle. Totale. Dich kann ich abreißen. Dann kann ich auch nichts bauen. Sich umschachteln. Hier rein. Heiler. Hier rein. Nahrung habe ich noch genug. Das passt. Hier hinten. Da füllen wir die Crowns dazu. Guck ich, dass ich hier jetzt noch fix hin hoch bekomme. Bauarbeiten hier oben. Kannst du das machen? Komm runter. Ich könnte nochmal einbauen. Ich brauche ein Haus. Bam. Okay. Gleich hier hoch. Bauen. Ja, wir brauchen mehr Häuser. Ich weiß. Ist auch schon im Anmarsch. Können wir noch irgendwo jemanden abziehen? Dich ziehe ich ab. Hier rein. Gleich wieder eine Route aufbauen. Blöde Held. Blöde Held. So, dann ist ja plus 10. Hier ein Krieger. Zwei Schildknappen. So, dann komm ich hier mal rein. Signee, lauf! Gut. Zeidank. Aber es ist ja gleich geschafft. So, malerweise noch eins. Aber der Handelseinfluss, dieser, kommt natürlich zuvor. So, gleich wieder drauf. Nieder mit ihnen. Miss, miss, miss. Baaam, Junge. Da ist er, der Handelssieg. Eieieieiei. Das war gar nicht, gar nicht so toll. Aber zum Glück noch hinbekommen. Gott sei Dank. Was gab's denn alles auf der Karte? Nicht so viel. Was hat der denn hier Schönes entdeckt? Aber egal. Gerade noch so geschafft. Der Rote ist uns halt richtig auf den Sack gegangen. Aber die Goblet, sie haben sich da richtig ausgebreitet, du. Boah. Das hat mich richtig gestresst, dass sie die hier eingenommen haben. Kein Stein mehr, kein Eisen mehr. Richtig, richtig doof. Boah, der hat gleich Wissen ohne Ende. Kein Wunder, dass der das so schnell gepackt hat. Wissen, Wissen, Einwissen, Eisen. Boah. Wahnsinn. Der Blutmond ist gekommen. Sind sie alle abgegangen. Der konnte nicht weiter wegs, den Goblins. Oder hat er den hier mitgenommen? Sind die Golems gekommen. Die haben ein bisschen Stress gemacht. Sonst alles cool. Bam, 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 bam. Ja, das passt. Und dann hat er hier angefangen, überzusetzen, der Dreckshund, der. Hatte mir das noch abgeluchst zum Schluss. Ja. Aber mit ganz, ganz viel Glück, dank dem Handelssieg, hat es doch noch geklappt. Coole Sache. Trotzdem zäh. Was darum passiert, auch was abgeluchst. Egal. Das nächste Mal, hoffentlich besser als dieses Mal. Sechs Jahre hat das gedauert. Das passt. Alles cool. Ich sag hiermit, danke fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Servus.